WDR mediagroup GmbH 20 Leute im Dorf zahlen zwei Jahre lang ein Zehner wöchentlich ein. Tut mir leid, Jan, kein Bedarf zur Zeit. Durch den Skandal mit der Pferdelasagne. Der Zweck dieses Treffens... Wie ist das denn hier organisiert? Wenn ihr alle gut genug seid, ein verfluchtes Rennpferd zu besitzen, bin ich es erst recht. Wenn der Zirkus schon in der Stadt gastiert, möchte ich in der ersten Reihe sitzen. Einer von uns hat ein Geschenk in der Ecke hinterlassen. Unser Hengst ist dafür bekannt, seine Verehrerin glücklich zu machen. Viel Spaß, Mädchen. Alles erledigt. Hoffentlich hat er hier vorher einen Drink spendiert. Oh Gott, du bist ja so süß. Er ist noch etwas ungeschliffen, aber er hat etwas Besonderes. Wie seine Besitzer. Wir nehmen an einem Renn teil. Unser Pferd wird ein Rennpferd. Mit Vollgas zum Rennen. Ein Russenstall ist laufen. Der Käfig mag offen sein, aber die Weste hier schläft. Er kommt in die falsche Richtung. Wenn er in die Richtung losläuft, landet er wieder in unserem Dorf. Für das hier bist du geboren worden, Dream. Ich weiß, du bist mutig und einzigartig. Wir können alles schaffen. Wir können alles aufhören. Wir können alles aufhören.